Grüß Gott, meine sehr geschätzten Damen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen hier bei uns im Gemeindesaal und ich freue mich, dass Sie unserer Produktpräsentation beiwohnen wollen und dass Sie der Aufforderung nachgekommen sind und Ihre Männer zu Hause gelassen haben. Es betrifft nämlich diesmal wirklich nur uns Damen. Und zwar geht es um ein neues Gerät von der Firma Techno Ruckzuck. Die haben ein neues Gerät herausgebracht und ich sage Ihnen, ich verspreche es Ihnen, dieses Gerät wird die Haushalte revolutionieren. Ja, und so sieht es aus. Ein kleiner Chip und eine Fernbedienung. Der Chip wird irgendwo an Ihren Gatten angebracht und die Fernbedienung ist wirklich ganz einfach zu bedienen. Ich habe einen Probanden eingeladen, das wird der Herr Oberheinrich sein, der Hausmeister hier des Gemeindehauses. Er hat sich zur Verfügung gestellt, er wird mir sozusagen assistieren und ich bitte ihn gleich zu mir, Herr Oberheinrich, bitte. Ja, grüß Gott. Ja, grüß Gott. Ach, das ist aber ein Lied. Ja, bitte gerne. Ist was zum Tragen oder irgendetwas? Nein, wir haben es ja schon versprochen. Ich bin wieder froh, weil ich hätte es schon so gezahlt. Ja, überhaupt nichts. Nichts. Aufregendes. Ich habe hier nur einen kleinen Chip. Ja, bitte. Da, den wären wir dran. Wunderbar. So, ich habe jetzt hier eine Fernbedienung. Die hat einige Befehle. Ich werde Ihnen das jetzt direkt vorführen. So. Also. Zum Sessel gehen. Ab. Niedersitzen. Zeitung nehmen. Lesen. Schneller. Zeitung weggehen. Aufstehen. Den Lesen nehmen. Auskehren. Besen wegstellen. Wegstellen. Wunderbar. So, die Blumen nehmen. Blumen schenken. Blumen schenken. Ich liebe dich sagen. Ich liebe dich. Das klingt nicht besonders gut. Aber Sie können hier nachjustieren. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Noch ein bisschen freundlicher. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Na, es wird schon. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Ja, wunderbar. So. Ich liebe dich. Was machen wir denn? Das war's. Sie sind schon fertig. Alle schon ein wenig. Wunderbar. Haben Sie mich gar nicht gebraucht. Nein. 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 Wenn Ihnen an Höfen kommt, komme ich. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Danke. Vielen Dank. Herr Oberhein. So, meine Damen, Sie könnten das jetzt selbst sehen, wie das funktioniert. Ganz was Besonderes oder ganz besonders toll ist es auch, es gibt bitte für alles ein eigenes Programm. Das heißt für die Gartenarbeit, für das Urlaubfahren, für die Freizeitgestaltung und auch für die Nachtaktivitäten. Und ich kann Ihnen jetzt sagen, dieses Programm habe ich bereits selbst ausprobiert, und es hält, was es verspricht. Also wirklich, unbedingt ausprobieren. Ja, dazu muss man sagen, die Männer spüren das nicht, sie bekommen das gar nicht mit. Man könnte fast sagen, sie werden artgerecht gehalten. Noch einmal eine kleine Zusammenfassung an dieses Produktes. Erstens, Hausarbeit wird in Zukunft völlig problemlos. Der Chip ist bitte für alle weiteren Arbeiten einsetzbar. Drittens, der Mann bekommt es gar nicht mit. Und viertens, was ganz was Wichtiges ist, bitte meine Damen, in dieser Zeit kann sich das Hirn ihres Mannes zu 100% regenerieren. Und welcher Mann hat das bitte nicht nötig? Ja, gut. Also. Der Schuss am Tag hat gesagt, sie brauchen eine halbe Stunde, ich habe die rechte Veranstaltung. Ich meine, jetzt packen sie so mehr Gravel und dann gehen sie. Weil Pflanzen lassen wir nicht, sage ich nicht. Ja, fünf Minuten gebe ich nicht. Selbstverständlich, ja. Machst du nicht? Ja, freilich, freilich. Ich habe sie weit raus. Sehen Sie, ein typisches Beispiel für das zu frühe Abnehmen des Ruckzuck-Techno-Chicken.